Neulere willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Star Wars The Force Unleashed 1. So, eigentlich sollte die erste Folge auch schon längst veröffentlicht sein. Aber A-Wind hier... Was ist hier oben? Oh Was ist das? Was ist das? Ihr müsst einen Weg ins nahe gelegene Plündererlager finden. Dringt durch die unteren Bereiche des Blockadebrechers vor. Was ist da an irgendeinem Blockadebrechers? Was macht das denn jetzt? Das ist halt schon nice. 4 Punkte. Wir können Machtschub, aber wir können Machtplätze verstärken. Komm, ich glaube, wir machen ja mal Machtschub auf maximale Stärke. Ich will gucken, ob wir alle noch mal upgraden können. Kombos? Mensch, du hast Luftschlag. Ich habe nur eins. Ein weiter. Unteren Ebene des Blockadebrechers. Ich glaube, wir machen natürliche Stärke. Ich habe auch schon gesagt. Ich habe schon gesagt, wir kommen. Beste. Wir kommen. halt die Oli mal mehr die Mahfokate Ja, 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 ja. wir kommen wir haben wir sind verwirrt weil wir können wieder rein in das gebieter Ja? Höf nicht, ja, ne? Ah! Hey, ciao! Ja, ne? Da hinten ist nichts, oder? Ne. Da hinten keine... Da haben die mein... Da hinten dran. Weiter geht's! Hey, Tim nach oben! Da zieh! Ja, schau, ich dachte, das ist bei mir krass. Da würde ein geiles Sound mehr machen können. Ja! 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 Ah. auch wenn man das tor wieder auf und kürziger sonst nichts denn Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 Okay.